Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Piercing Blue. Tja, jetzt geht es weiter und wir schauen mal was wir jetzt für eine Runde finden. Was ist das hier? So, jetzt hoffe ich kann euch die Bombenrunde besser zeigen. Nicht wie beim letzten Mal. 7 zu 1, ok. Da kann man sich auch gleich eine Waffe aussuchen, das ist cool. Also man drückt Dreh, Dreh, man drückt T und dann kannst du halt diese Sachen aussuchen oder Waffe aussuchen, die da haben willst. Ich nehme das MK-49 was glaube ich. MK-44? Ja. So. Dann geht es jetzt hier los. B. Da ist ein Bombenplatz. Hier unten lang. Die Bombenblitze müssen wir unten treffen, damit hier nicht die Terroristen kommen. Ja. Ich bin Spendier, da sind bei dem Runde Tren von Schmack mit der Kumpel. Ja. Ich bin Spendier. Die Bordegriffe müssen wir unten stellen. Also kann ich den Gemälenいました. Das ist ein Klimawandel noch. Das ist ein Klimawandel. es gibt immer zwei plätze einmal b und einmal a das hier ist also der platz b und hier geht es wahrscheinlich zum anderen oder ich denke mal hier geht es zum anderen platz hier kam ein schuss kran also der ist gestorben ist das abon platz kran hat den planten obwohl ich jetzt gerade schnell wirst ah hier drin ach nee da wurde ich vorher erschossen jetzt drücken wir nochmal T jetzt können wir mal ein anderes Gewehr nehmen, also ich hatte jetzt die M4A1 aber ich wollte eigentlich die haben die MK dann müsst ihr euch alles beeilen ok Team Rot hat gewonnen noch eine Runde vor allem es sind nur zwei Gegner wir sind zehn hallo wir sind acht insgesamt sind zehn das kann man doch nun mal gar nicht verlieren haben wir ihn verlieren der wird beschossen da oben wir sind Ja. Ja. Wo sind die? 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 So jetzt müssen wir irgendwie ganz schnell zu den Bomben kommen und die entschärfen. Hier gehts nach A, nach hier rein, warum konnte ich die nicht entschärfen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, normalerweise ist auf E drücke die Bombe entschärfend, aber irgendwie ist ja meiner mal wieder aufgestanden, na gut, probieren wir nochmal schnell eine Runde, weil da haben wir ja gerade mittendrin angefangen, mal schauen, ob noch eine Runde mittendrin irgendwie ist, da ist Platz bei Deserts, spielen wir das? Bei der Story ist es von wegen, da musste die kleine Missionen erfüllen, zum Beispiel bei denen ist es, ich bin Team Rot und muss den blauen Helikopter zerstören und Team Blau muss den roten Helikopter zerstören. Ich glaube, ich bin ein bisschen tief gefallen, auch nur ein bisschen. Da stellt sich hier an, die ist ja eine Frau, die spüren, what? Also ein bisschen blau, ich bin roh, ich werde mich mal wieder verlieren. Ich trenne jetzt mal hier, blank. Ein interdisciplinarychen genera schwer, mach, mach, mach鋭, mach, 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 mach. Einiges zu machen Teilz IV. Schleichen wir uns mal hier so lang Okay, ich habe auch ein guter Faktion Machen wir das gleiche wegen gerade Schleichen wir die Zehnte nicht so lang Hey, hinter mir Ah die Probierer sind jetzt auch Warum Oh mein Ein Double Kill Team Blau hat gewonnen Mal wieder Mist Ich bin Team Rot Und so ein Noob Ich habe auch nur 2 Kills und 4 mal bin ich gestorben Snipergewehr Ich wollte mal eine andere Waffe hier zu nehmen Ich nehme jetzt auch mal ein Snipergewehr Ich bin ein schlechter Sniper Schütze Geht die Wommel noch hoch Ich nehme ein anderes Gewehr Kein Sniper Ach, ist zu spät Ach, das ist unser Schießt auf den falschen Helikopter Das ist gut Ich bin der Fintel Hose Ich bin der Fintel Ich bin der noch So, jetzt ist mal ein anderes Gewehr. Nehmen wir die. Gut, 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 jetzt haben wir noch so schnell die Gewehr. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, okay, okay, okay. Er kommt jetzt hier nach. Oh, okay, bin ich immer auf der Verliererseite. Aber das ist ja kein Problem. Okay. Fire in the hole! Nein, 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 nein. Oh, shit. Bin ich hier. Ich will noch gar nicht hier oben auf. Ich glaube, der Helikopter hat seine Runde, die er fliegt. Also, man kann runterfallen aus dem Helikopter. Der hat mich geschubst. Ja. Ja. Eindeutig. Hat er mich geschubst. Mal kann man nicht rausfallen. Ne, ne. Das ist ja auch tot. Das ist ja auch tot. was für waffen gibt es hier noch? ich habe schon alle ne? die k2 habe ich K1 habe ich... das habe ich Schrotflinte habe ich noch nicht gespielt hier drinnen die habe ich schon alle ne mal Schrotflinte dann gehe ich jetzt zu einem Gebäude gleich rein aber ich bin wundervoll dass das Haus so steht... war gerade ein bisschen verwirrt ich bin mit einer Schrotflinte... kann doch nicht wahr sein Rakete mehr habe ich nicht... Schweinerei aber die K1 wieder... hey wir haben eine Runde gewonnen wir haben eine Runde gewonnen wie kann sowas passieren? ach ist einer dazugekommen deswegen... so komm noch mal hier hoch K2 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 K3 K3 K4 K8 oh Das war's für heute. Eieieiei, ah, von hinten. 10 zu 17. Oh, bin ich schlecht. Hab ich den eingekriegt? Ah! Was ist denn so schön? Was ist denn so schön? Was ist das? 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 Na gut, ok. 14 zu 22 nicht ganz leise aber was solls ist ja nur eigentlich ah da ist voll abwärts was du willst was du 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 warum warum nur das kann nicht wahr sein WTF ich glaube ich muss mal ein bisschen mehr gut machen du du das dem den 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 der 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 Ich muss da nicht Pause machen, aber es geht auch so viel rund. Nein! Okay, die Runde ging jetzt etwas länger. Okay, let's go! Mal schauen, wo jetzt der Raketenberg verliegt. Da liegt da. Okay. In dem Gebäude. Hey! Jetzt hat sie drauf geballert. Das muss doch mein Klägerwesen sein. Oh! 17 zu 34, also 0 zu 5. Das ist der Faktor, den ich habe. Da oben sitzt die Sau. Da oben sitzt die Sau. Und da sitzt er. Und da oben. Und jetzt sitzen die noch vor uns im Helikopter. Das ist der Faktor. Das ist der Faktor. Das ist der Faktor. Hier! 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 Aber mir stoppt ein Zeh erwischt. Deswegen bin ich gestorben. Hm. Ich war im Feuerwerk. Siehst du, nur 14. Diese Zeit im Feuerwerk. Hey, hey, gekillt. Missed! Du musst mal kurz auf. Ich war im Feuerwerk. Ja, wieder da. Nicht passiert. So. Kommen wir an Feuerwerk. Wie ich schon richtig gehört habe. In dieser Uhrzeit. Egal. Egal. Einen schönen Blick hat man hier gehabt. Ja. Das schade. Das schade. Go, 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 go. Fire in the hole. Oh. Fire in the hole. Jetzt reiß mir. Das ist mir auch wieder eine Schrotflinte. Da. Da. Wollte ich eigentlich nicht jetzt. Ein Helikopter. Das muss man immer mit der Schrotflinte schießen können. Oh, mein Faktor wird immer schlechter. 20 zu 44. Und ein Faktor von 0,4. 6. use. 1. 0,4. 0,4. 1. 1. 1. 1. 1. Ich bin wieder Das hier, das passt schon Okay, 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 ich weiß bescheid Oh ja, netter hintern Bisschen verbixen, aber sonst ist es ganz okay Fire in the hole 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 Es sind alle hier oben Ich springe aus dem Helicopter und werde gleich erschossen Ich glaube der Faktor ist jetzt bei Ich glaube der Faktor bei mir ist auf 4,4 gefallen Irgendwo so Also 0,44 Ich glaube der Faktor ist ja Oh mein Gott Muss abgeschossen worden ist Soll ich das so wie die blauen Fire in the hole! Okay, jetzt was mir da hochgekommen ist, an das Dach, an das Dach, an den Dach, an der Dach, an der Dach. Jetzt tun wir erstmal Wante-Faust oder Pakete-Werfer. Wird da jetzt hochgekommen oder nicht? So ist der eine auf jeden Fall irgendwie rübergekommen. Na egal. Sind alles Hacker, alles Hacker! Fier in the hole! Was ist der Helikopter? Was gibt's da nicht? Kann ich doch nicht einfach so abschießen. Die schießen auf mich. Fier in the hole! 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 To me! Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr das lange Video durchgehalten habt und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüssi.